Der Rheinturm ist ein 240 Meter hoher Fernsehturm in Düsseldorf. Der Turm ist das höchste Bauwerk der Stadt. Der Turm steht direkt am Rhein in der Nähe der Altstadt im Düsseldorfer Regierungsviertel an der Rheinufer Promenade. Der Rheinturm ist der erste Turm, der komplett aus Stahlbeton gebaut wurde. Vom Turm aus sieht man den Medienhafen, den Landtag von Nordrhein-Westfalen und das WDR-Landestudio Düsseldorf. Die Aussichtsplattform mit den Panoramascheiben befindet sich auf einer Höhe von 170 Metern. Genießt ganz einfach mal mit mir zusammen die Aussicht. ¶¶ Oh, mm-hmm. Oh, mm-hmm. Oh, mm-hmm. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da oder teile dieses Video mit deinen Freunden. Oh, mm-hmm. Oh, mm-hmm. Oh, mm-hmm. Oh, mm-hmm. Oh, mm-hmm.